Hallo Herr Lukassen. Schönen guten Tag Frau Sattler. Sie sind ja zum zweiten Mal jetzt verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Kommen wir mal zur neuen Verteidigungsministerin, Frau Christine Lambrecht. Ich weiß, dass Sie über Sie gesagt haben, Sie haben keine hohen Erwartungen an Sie. Warum ist das so? Naja, erstmal ist es die dritte Frau im Amt, also über acht Jahre schon Verteidigungsministerin. Und da haben wir natürlich schon unsere Erfahrung gemacht, was nichts heißen soll. Die CDU-geführten Ministerien, Verteidigungsministerien der letzten 16 Jahre waren alle schlecht geführt. Bei ihr besonders kommt hinzu, sie hat erklärt im November 2020, sie wolle aus der Politik aussteigen. Und nun hat es auf einmal gereicht, um Verteidigungsministerin zu werden. Und ihr Fraktionschef hat ihr attestiert, sie sei ja eine gute Verwaltungsexpertin. Das ist dann schon alles, was sie aufzubieten hat. Da muss ich sagen, die Bundeswehr, die es nötiger hat denn je, wieder vom Kopf auf die Füße gestellt zu werden und dann von einer Ministerin, die im Moment noch nicht weiß, worum es geht, das ist keine gute Voraussetzung. Sie sind ja auch ehemaliger Militär. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine ganz seltsame Situation ist, wenn man dann diese Person als, ja, in dem Sinne Ministerin vor sich hat. Das muss doch auch für Sie irgendwie, für Ihre Vita, die ja dann doch ganz anders ist, ein komisches Gefühl sein, mit so jemandem im Ausschuss dann zu sitzen. Ja, also ich will das gar nicht daran messen, dass ich 34 Jahre bei der Bundeswehr war und oberst im Generalstab, sondern man muss schon eine Affinität zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben. Das wäre ja schon mal eine gute Voraussetzung, um zu wissen, wie geht man mit Soldaten um, wie stellt man die Einsatzbereitschaft der Truppe her, wie sieht Beschaffung aus, wie sieht Nachhaltigkeit aus. Alles das kann sie nicht wissen und insofern tut mir die Truppe leid, ja. Ja, das sind gute Aussichten. Generell die Verteidigungspolitik, der Kurs der Ampelregierung, wie sehen Sie das? Also was kommt da auf uns zu? Na ja, der Koalitionsvertrag hat es ja schon ein bisschen vorgegeben, in dem ein 3-Prozent-Ziel definiert wurde und es ist eigentlich zwischen den Zeilen genau zu lesen, was damit beabsichtigt wird. Nämlich 3 Prozent für alles, für auch Sicherstellung der Infrastrukturentwicklung, also genau ist es nicht definiert. Klar ist nur, Verteidigung ist ein Teil nur davon, sodass also nicht deutlich wird, was will diese Ampelkoalition letztendlich für Verteidigung ausgeben. Und wir sehen es ja jetzt schon an einem Rüstungsprojekt, dem schweren Transporthubschrauber, wo diese neue Ministerin dann nun versucht, das vom Finanzminister loszueisen, die Finanzmittel, die dafür benötigt werden. Nur genau da fängt ja schon der Fehler an. Natürlich ist es ein Rüstungsprojekt, was benötigt wird. Aber wenn man das nicht verzahnt sieht mit der Gesamteinsatzbereitschaft der Truppe, das heißt, wofür will man es haben? Was soll es leisten können? Nur einfach ein Nachfolgemodell, das ist zu wenig. Und insofern schon wieder eine schlechte Voraussetzung. Wir stehen jetzt ja am Anfang noch dieser laufenden Legislatur. Was können wir von der AfD-Fraktion denn für den Verteidigungsausschuss erwarten? Haben Sie da bereits Initiativen geplant? Naja, wir werden auf jeden Fall unser Konzept Streitkraft Bundeswehr auch weiterhin umsetzen. Und wir werden auch diese Ampelkoalition daran messen, ob sie es ernst meint mit dem Auftrag, wie er im Grundgesetz steht, nämlich Artikel 87a, die Bundesrepublik Deutschland streitet Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das heißt also, was ist Verteidigung? Wofür brauchen wir Streitkräfte? Und ich sage auch mal wieder, wenn wir keine Streitkräfte hätten, dann würden wir mit Sicherheit keine Streitkräfte aufstellen, um nach Mali zu gehen, nach Afghanistan oder sonst wo hin. Und wir würden keine Streitkräfte aufstellen, um in Gesundheitsämter gehen oder nach Naturkatastrophen zu helfen. Aber genau das machen ja die Regierenden schon seit Jahren, dass sie die Bundeswehr immer herausstellen mit den im Prinzip nicht originären Aufgaben der Landesverteidigung. Das ist verkehrt, schon wieder verkehrt. Und Handlung gegen das Grundgesetz, wie Sie schon sagen. Genau. Ja, die CDU ist jetzt ja auch wieder in der Rolle der Opposition. Glauben Sie, dass sich da vielleicht die Position von AfD-Fraktion und CDU oder Unionsfraktion jetzt wieder ein bisschen annähern werden? Also wir müssen die CDU in die Zange nehmen. Das gilt eigentlich nicht nur für die Verteidigungspolitik, es gilt eigentlich für alle anderen Ressorts auch. Aber gut, ich bin ja nun mal für Verteidigungspolitik zuständig. Wir müssen sie in die Zange nehmen. Denn jetzt kommt für die CDU an für sich die Stunde der Wahrheit. Die Frage ist, wie viel Merkel ist noch in der CDU? Will sie ernsthafte Verteidigungspolitik machen, die von vornherein rechtsstaatliche Politik ist, die konservative Politik ist, sich aber gleichzeitig zu der einzig rechten Partei, das ist nämlich die AfD, abgrenzen und auf der anderen Seite aber nicht mit dem Mainstream der Ampelkoalition mitlaufen, dann hat sie nur ein ganz, ganz schmales Fenster. Und in diese Zange werden wir sie nehmen. Wenn Sie so wollen, ist für mich in meinem politischen Agieren sogar die CDU die Hauptangriffsachse, die ich für mich erkannt habe. Okay, das ist interessant auf jeden Fall. Eine AfD-Forderung oder eine Forderung auch der Fraktion ist ja seit Jahren die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Glauben Sie da, dass man da vielleicht mit der CDU irgendwie aufeinander kommen könnte? Ich meine, die haben sie auch abgeschafft. Ja, genau. Ja, es ist aber ein Problem, was genauso, wenn wir sie in die Zange nehmen, die CDU, für die CDU entstehen wird. Wir wollen die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, weil wir die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte für die Landesverteidigung benötigen. Und nur über die Wehrpflicht kann man auch ein Reservistenkorps schaffen, das also genügend trainiert ausgebildet ist, dass er zur Verfügung steht und im Spannungs- oder Verteidigungsfall die Streitkräfte entsprechend aufwachsen zu lassen. Wenn die CDU es ernst meint mit der Fähigkeit zur Landesverteidigung, dann muss sie auch auf diese Idee kommen. Was anderes geht also eigentlich gar nicht. Ob sie sich uns annähert, sie wird auf jeden Fall das Problem haben, mit unseren vernünftigen Ansätzen, Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, konkurrieren zu können. Das wird sie nicht können. Ja, die Wehrhaftigkeit haben Sie gerade schon angedeutet. Dazu gehört ja auch mehr als nur die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wie ist denn Ihre Meinung da? Glauben Sie, dass Deutschland Ihrer Meinung nach jemals wieder richtig wehrfähig werden kann? Das ist natürlich auch eine Definitionsfrage, Frau Seidler. Also, dass wir eine Streitkraft, eine Bundeswehr bekommen, die alleine in der Lage wäre, das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, das ist sicherlich illusorisch. Das wird so nicht gehen. Es wird in Bündnissen gehen. Und das sieht unser Grundgesetz ja im Prinzip auch vor, Artikel 24, sich einem System kollektiver Sicherheit anzuschließen. Das ist auf jeden Fall die Maßgabe. Aber auch das erfordert natürlich den entsprechenden Beitrag. Und wenn diese Bundeswehr dieser Regierung immer dann, wenn sie in einen bestimmten Einsatz geht oder in eine einsatzgleiche Verpflichtung, so heißt das nach Litauen, alles zusammenklauben muss, was sie hat, nur um diesen einen Einsatz sicherzustellen und zu Hause im Grundbetrieb liegt alles am Boden, dann ist die Bundeswehr nicht einsatzbereit. Und auch in der Bündnisverpflichtung nicht einsatzbereit. Kommen wir mal zur tagesaktuellen Lage. Thema Ukraine. Die Lage spitzt sich dazu. Wie sehen Sie die Entwicklung? Sehen Sie die auch mit Sorge? Also gut, dass Sie diese Frage stellen, weil es ist natürlich richtig. Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik gehören unmittelbar zusammen. Denn wofür könnten in der Ultima Ratio sonst die Streitkräfte sein? Nein. Was ich sehe, ist eine totale Hilflosigkeit. Das war schon in der Vorgängerregierung so. Das dürfte, und das merken wir ja gerade bei den Besuchen von Frau Baerbock in der Ukraine und in Russland, so sein. Was haben wir denn zu bieten? Was heißt wir? Wir als AfD haben eine Menge zu bieten. Aber was hat diese Regierung zu bieten? Sie bietet keine Realpolitik. Sie bietet eine wertebasierte, so nennt es ja diese Regierung, eine ideologisierte Politik. Und die stößt jetzt auf die Wirklichkeit von realpolitischen Machtmenschen wie Putin oder Lavrov. Da klaffen Welten zu sein. Das ist überhaupt gar keine Ebene der Verständigung. Und insofern dann Aussagen dieser Regierung, dieser Ampelkoalition, ja wir betrachten das mit Sorge oder wir erklären der Ukraine unsere Solidarität. Ja wie ist es denn, wenn diese Solidarität mal eingelöst werden soll? Da ist nichts. Da ist gar nichts. Und da bin ich ziemlich sicher, das wird auf Dauer nicht durchhaltefähig sein. Und das ist für uns als AfD wichtig zu wissen. Wir haben die Programmatik, die Realpolitik ist. Und wir müssen durchhalten und wir müssen daran festhalten. Und dann wird auch der Tag kommen, wo diese Politik greifen muss, weil anders geht es nicht. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, Rüdiger Lukassen, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, Frau Seidler. Vielen Dank, Frau Seidler.